sag mir nicht ich spiel jetzt Vic nochmal ich hab das nämlich wie gesagt ich hab keine ahnung mehr ne ich spiel nur weiter mit seiner tussikase ich kann ja nichts mehr aufquellen für mich persönlich ist mir ein relativ scheiße ja irgendwo dann nehmen wir halt schlittergranaten in höhen radius wenn wir so eine termine mehr radius annennungs termine mehr radius fad kam aus mir scheiße ja land shocker noch irgendwas weg vergessen haben wir subcreen blackhawk offizier verhören alles klar mach ich wo kommt das zeug überhaupt hin zu einem der checkpoints in der stadtmitte weiß nicht zu welchem für ein checkpoint braucht man sowas nicht dann nimmt man einen laster blockiert damit die straße und stellt ein paar jungs mit knarren daneben sicher aber nur wenn du wer darauf legst dass dir einer der durch will den arsch abwehrt bei einer operation in belies ich fass das nicht musst du eigentlich jedes mal wenn du eine kiste hoch ist deine scheiß dschungel geschichten raushauen klar musst du einfach nur den lkw und halt dein verdammtes maul okay klar du mich auch man der labert vielleicht quatscht er immer noch so lange der redet arbeite ich nicht immer noch ich warte einfach auf ihn diese faule sau aber ich glaube ich glaube ich hatte er schossen wir noch zu noch wurde er nicht demarkiert der schießt mich bitte spielkonto durch jetzt können wir vergessen ich werde nicht noch mal hier nur aufnahme machen wo kommt das zeug überhaupt hin zu einem der checkpoints in der stadt mit ziel wie wo kommt das Zeuge überhaupt hin zu einem der Checkpoint in der Stadtmitte weiß nicht zu welchen für ein Checkpoint braucht man sowas nicht Scheiße Scheiße Achtung Schwester alle Einheiten vorrücken Robertson Wein weichheit Fischer probier die Nummer mal mit mir Ziel bekämpfen ich sichere dich Fischer Gesichter warum äh Fischer Kannst du das Spiel so sehr den dort am meisten aktuell wo kommt das Zeuge überhaupt hin zu einem der Checkpoint in der Stadtmitte weiß nicht zu welchen für ein Checkpoint braucht man sowas nicht dann nimmt man ein Laster blockiert damit die Straße und stellt ein paar Jungs mit Knarren daneben sicher aber nur wenn du Wert drauf legst dass dir einer der durch will den Arsch abfährt bei einer Operation in Belize Ich fass das nicht Musst du eigentlich jedes Mal wenn du eine Kiste hochhebst deine scheiß Dschungelgeschichten raushauen Belad einfach nur den LKW und halt dein verdammtes Maul okay Klar du mich auch Negativ Ich überprüfe mal kurz an Mist Sehe ich aus wie ein Idiot Ja Ich gehe da auf keinen Fall rein Nein nein ach du Hallo Sagt mir was ich wissen will sonst gibt es arge Nackenschmerzen Sie können mich mal Sie machen mir keine Angst Fischer Falsche Antwort Verhören Diesen Baumstumpf merkst du Autsch Das da drüben ist ein EMP Waffensystem Wie schalte ich es ab? Ich weiß nichts Selbst wenn ich es wüsste würde ich nichts sagen Arschloch Ritzbold Sag mir was ich wissen will Ja Mehr weiß ich nicht Ich schwörs Hör auf meine Zeit zu verschwenden Hier ist eine Wand Wenn du es nicht weißt Wer dann Ja Wissenschaftlerin Prinzess hat sie hergebracht Im Lager Nach dem EMP Einsatz lässt man sie verschwinden Sie weiß es Was du nicht sagst Ich war froh der hat sie überlebt dafür Und er verbindet nicht sag mal vorwarnt Test war erfolgreich Test war erfolgreich Verstanden Teste jetzt Beta Test war erfolgreich Teste jetzt Beta Test war erfolgreich Scheiße Hast du was gesehen? Wo steckt der Kern? Mit Scheiße Ich kann fischer nicht sehen Brauche sofort Verstärkung Ja, Brustverstärkung Keine Ahnung wo der Kerl ist Sieht ihn jemand Wir gehen rein Bereitwachen Ich kann sie nicht bekämpfen Keinen Sichtkontakt Oh Letzte rauszukommen Wir kommen sogar vor Am Ende Praktisch Danke Das ist wahr Ja, das Spiel ist halt sehr alt Sprengen Sprengen Wissensschaftlerin finden Mann ey Wie spät ist es nicht Um 7 Uhr früh morgens Bitte nicht Wie blöd sind sie eigentlich Dachten sie ich würde nicht merken Dass sie die Systeme sabotieren Bitte Ich habe nichts gemacht Das einzige was sie nicht gemacht haben Ist ihr Job Und nur deshalb leben sie noch Tut mir leid Ich wollte nicht Tut mir auch leid Denn das war ihr letzter Fehler Tun sie mir nichts Töten sie mich nicht Noch ein Fehler Ein weiterer Fehler Und sie sind tot Ist nicht doof Sie kann so viel Sagen mal Sie hat die mehr gemacht Ja Wenn die Idioten hier Das nicht hinkriegen Sind ja nur Waffenhansel hier Und sie hat die Macht Ja Sie kann das entscheiden Und wenn sie erschossen wird Kann sie gar nichts am Ende Ist nicht doof Ist das sie Als Wissenschaftlerin Sehr Glaubst du dass er hier durchkommen wird Würde am meisten Sinn ergeben Wenn er hier ist Dann ist er hier Um den fetten Brummer zu deaktivieren Und das geht am schnellsten Wenn er hier lang geht Dann Sehen wir Fischer noch früh genug Fischer ist überbewertet Vorhersebar Tja Sagst du ihm das Wenn er hier vorbeikommt Wenn er hier ist Kannst du mit ihm reden Ich für meinen Teil Knall ihn ab Genug von diesem Fischermist In weniger als einer Stunde Wird die Stadt ins Mittelalter Zurückversetzt Und wir werden die einzigen sein Die wissen was los ist Wir haben wirklich größere Sorgen Wie wer Unruhen Brände Verletzt in den eigenen Reihen Zu wenig Krankenhäuser Und keine Möglichkeit Die Jungs zu evakuieren Hubschrauber Die in den Impuls geraten Und abschmieren Und dann die Sache Im Weißen Haus Das sind eine Menge Baustellen Der Colonel kümmert sich darum Ja Wenn diese Third-Eckelern-Ersche Nicht alles versauen Bis jetzt arbeiten sie doch gut mit Wir könnten uns jederzeit Über den Tisch ziehen Wer hält deinen Arsch im Auge Wenn's losgeht Sonst steckt nachher Eine Regierungskugel drin Sicher, dass die chemischen Leuchtmittel nach der Zündung Noch funktionieren? Letzten Teil wiederholen Weißt du was, Fischer? Du kommst zu spät Zu spät für sie Zu spät, um zu stoppen, was geschehen wird Gib auf! Stirb, dann hast du es hinter dir Genau wie deine kleine Tochter Keine Sorge, ich werde dich bald zu ihr schicken Und wie genau oben Und selbstverständlich in unserer Ruhe haben Dreckskerl Wirklich Oh Mann Oh Mann Oh verdammt Ziel in Sicht Ja, Ziel war in Sichtweite Und jetzt ist der Ziel weg Kann ich nur hier fallen lassen? Ist ja auch scheiße Ah, ich konnte da auch rufen Oh verdammt So, wir sind Wissenschaftler Retten Aber ich glaube, die retten wir eh nicht Glaube ich Zeig dich, sonst stirbt sie Du willst, dass sie stirbt? Willst du das? Nur du bist hier Du glaubst, du kannst dich verstecken? Ist das so? Ja Komm schon, wovor hast du Angst? Lass die Spielchen, sonst durchlöcher ich sie Oh Scheiße Da drüben Ich glaube, da ist unsere Zielperson Position halten Wiederhole Position halten Sonst ist die Kühne mehr, wo? Wir warten hier, bis sich der Gegner zeigt Verteilen Wir warten hier auf ihn Kontakt Ziel ist auf dem Laufsteg Drei Scheiße Zielbereich ist nicht sicher Wir warten hier Bereich ist nicht sicher Halte Position Sieht wie ein Himmel Hallo Ich liebe sie Ich weiß nicht, wer sie sind Und was sie hier wollen Aber danke Die wollten mich Etwa 100 Meter von hier Wurde eine EMP-Waffe aufgebaut Sie soll heute Nacht aktiviert werden Wie verhindere ich das? Gar nicht Es gibt zwei Generatoren Sie werden aktiviert Laden das Gerät auf Und dann erfolgt die Entladung Und der Haken? Wenn einer der Generatoren Deaktiviert wird Verursacht der andere Sofort eine Entladung Und einer reicht aus Um zu feuern Dann muss ich sie also Gleichzeitig deaktivieren Ja Sonst geht es schief Sind sie allein Dann können sie es nicht schaffen Ich glaube C4 Sie glauben gar nicht, was ich alles kann Verschwinden Sie Hier wird es gleich ungemütlich Schon sehr bald wird es überall ungemütlich Finde Generatoren Baffenversteck Nachladen Aufladen Alles Jetzt geht es weiter Ich muss sagen Das Spiel Hm Jetzt nach den Jahren Ist es wirklich runtergekommen worden Das Spiel hier Unglücklicherweise Da fing es dann an Etwas kompliziert zu werden Sarah wurde aus welchem Grund Auch immer misstrauisch Ich konnte sie dazu überreden In den Hubschrauber einzusteigen Und sie zu Sam bringen Aber die Gleichung Hatte zu viele Unbekannte Und Sam hatte keinen blassen Schimmer davon Was ihn erwarten würde Wer hat denn hier geparkt? Eine Markierung der Generatoren Damit man sie aus der Luft vernichten konnte Das war dabei noch die leichteste Übung Ein Kletterpark hier Andere Frage Wir können eigentlich diese Kabelkappen, oder? Wir haben die Kühlstrom Aber egal Lieber zu stören Achso Da bleibt ein Action-Namen, ja? Bereich gesichert Echt, ja? Umfingelt Fischer Keine besonderen Vorkommnisse Sorgt dafür, dass er nirgendwo hin kann Verdammt, er muss hier irgendwo sein Kein Kopf Tut mir echt leid Das läuft nicht mehr Diesmal nicht Quatschern bleiben Meldet euch, wenn ihr was seht Abschnitt gesichert, weiter Bereich gesichert Da drüben Ich glaub ich seh ihn Hier kommt Fischer nicht Und Sion Der Kerl soll zu uns kommen.